ja hallo heute hier wieder euer dosu mit let's play skyrim die unendliche und wir sind da im grab und müssen da zur nächsten kammer weiter und schauen gleich was da auf uns wartet ja wir schleichen noch immer so lange es geht und da ist schon unser nächster kandidat wir werden den gleich einmal erledigen mit ja feuerblitz beidseitig und geht schon los und das müsste es gewesen sein und wir sind da entdeckt weiß nicht warum denn adro nach mir mal da mal reinstellen schauen was da kommt und flammen ausrüsten da haben wir einen gegner irgendwo gleich zwei und da kommt ja noch ein hans hier auf uns zu lassen wir das bei dem ja und die sind alle schneller als ich also mit diesem zauber ist eigentlich nicht viel zu machen auf engen räumen da ist einer und das war es dann auch schon ja wir plündern das ganze was wir hier plündern können gold und knochenmehl jawohl da ist eine urne ja gold und zauber dran gut so der hat nichts für uns da ist noch mehr ja da kommt der gold zusammen und du wirst uns ja nicht davonlaufen den müssen wir noch durch suchen gold knochenmehl stahlballen können wir nicht und die halskette ja nehmen wir auch mit da war ja noch wer gold und knochenmehl und der hatte ja auch noch was gold das brauchen wir nicht eisenröstung und pipapo lassen wir mal ja und wir brauchen da wieder die flammen und beide seiten in so eigenen räumen ist das anders nicht zu machen da irgendwelche fallen irgendwelche traug da ist auch nichts mehr die kabine ist frei und du fachkisch lass mich da vorbei jetzt da liegt auch einer rundherum war das was verzaubert ist ok wenn wir das langsam angehen dann schaut es so aus als ob wir das ja fast unbeschadet überstehen könnten also die jungs die was anhaben die sind immer beim aufstehen da war noch was sorry ach das schwert war das die haben nix da irgendwas hallo na gut ok da gibt es ja unmengen ich bin ja so leise und auch ein wenig verkühlt leute es tut mir echt leid aber haben die sich da jetzt gegenseitig gemetzelt die silberne hand und die traug ok der raum ist sicher gut so dann komm her gib mir jetzt ein gold adept das können wir aufmachen hoffe ich doch na was ist denn jetzt los ja leute das waren jetzt vier dietriche das kann ja nicht sein ok gut dietrich brauchen wir gold auch und den amethyst nehmen wir auch mit da war auch nix da oben ist noch ne ja gold und da sind überall steine drinnen ja ok ich richte mich da nur kurz mal ein machen den kurzen schnitt und dann gehen wir gleich weiter in die nächste kammer da ist nix ich speichere nur kurz ab kleinen moment abgespeichert und schon geht es weiter wir schauen da wie ich mache da gleich mal natronachen hin und dann öffnen wir gleich mal die türe ah ja da wird es gefährlich heute da ist nix wo sind denn die ganzen jetzt ich glaube es ja nicht da oben steht wer der hat uns noch gar nicht entdeckt das machen wir mit dem feuerblitz das müsste doch funktionieren nämlich so schmerren nämlich so gezielt ja komm her haben wir denn jetzt da sind auch andere ziele seht ihr da auf dem marker ja wie gehen wir das am besten an jetzt hier wir werden da weiter schleichen und sammeln gleich mal eine weiskappe sehen wir die hier schon nö so wir suchen uns da schnell einen guten platz zum kämpfen aus da ist auch nix fahrkassel laufen wir nicht rein da die von der silbernen hand die haben extrem viel gesundheitspunkte und da habe ich echt die größten befürchtungen dass die uns jetzt wirklich am sack gehen das seht ihr was die für gesundheitspunkte haben das ist unglaublich aber wir könnten jetzt wieder heilen versuchen ja aber schnell auch noch unseren pfarrkass ok aber wir leveln da überhaupt nicht viel gut ich durchsuche mal hier alles ich denke das ist ein freier raum die haben gold dabei und sonst nichts besonderes ich mache da ist die tür zu ok ich mache hier einen kurzen schnitt ok ich habe da noch nicht viel zu finden bis gleich heute ja hier war nicht viel zu finden einfach ja was die krieger dabei hatten und sonst nichts besonderes oder ich habe es einfach nicht gefunden wir machen das gleich noch einmal so und dann gehen wir da weiter das schaut wieder gefährlich aus da unten ist eine druckplatte leute und jetzt müssen wir aufpassen dass unser pfarrkaster nicht durchläuft was war das kommen wir soweit mit unserem ja feuer blicks mit sicherheit seid ihr zum sterben bereit das war schon alles wirklich na und ok wie geht es dir da hinten oh wir haben fast nichts zum heilen ok gut die hätten wir auch das ging ja besser weil die mit den pfeilen die mag ich überhaupt nicht die sind extrem unangenehm ja die machen echt viel schaden ja gegengift ist gut gold und ja das gieberfeld könnten wir brauchen wir haben fast nichts mehr was wir wegschmeißen können ich heile mich mal selber kurz ja ok und ja da hinten ist eine druckplatte das bringt mich auf eine idee vielleicht können wir da ein wenig leveln wir haben da zaubertränke on ender ich weiß nicht warum ich da jetzt so oft gestorben bin wenn wir ein wenig auf defensiv sind und aufpassen dann geht das ja recht flott von der hand übrigens ich spiele auf der stufe adept also deppenstufe das ist in dem mittel mittendrin also zweitschwerste drittschwerste und dritt leichteste also genau in der mitte und da das bringt mich auf eine idee das ist eine falle und da könnte ich glaube ich heilung leveln aber wir machen jetzt kurz einmal eine kleine pause bis zum nächsten video ich versuche hier das zu leveln und wir sehen uns wieder bei der nächsten kammer ok leute wünsche euch noch einen schönen abend unsere tos cita ciao 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 ciao